Alter, wir haben einfach Akschan. Ja, Mann. Meine Physik momentan ist ungefähr die von Akschan. Deine Physik ist ungefähr gerade die von Leona. Meine? Ne, Mann, meine ist wie Kragos. Ja, meine Physik wie Leona, dann wäre ich wenigstens noch fit. Und du könntest Geld machen auf Onlyfans. Ja, Mann. Aber ich glaube, das kannst du auch so. Ich glaube, jeder kann Geld machen auf Onlyfans. Ja, man muss nur genügend Fetische erreichen. Es gibt, glaube ich, für alles einen Fetisch. Ja, Mann. Du musst nur auf ein paar Cakes farten. Alter, ich habe mir noch überlegt, ob ich Akali bannen soll. Jetzt muss ich einfach gegen sie spielen. Aber ich glaube, mit Renekton ist es nicht so schwer. Ich gehe einfach direkt einmal. Oder was denkst du, was soll ich gegen Akali kaufen? Ich habe Magic Resist einfach. Ja, ja. Deren Team ist sowieso irgendwie voll Magic Damage. Ja, du kannst... Was immer früher Akali vollgefickt hat, war dieses eine Ding, Alteam. Mal auf Malmöteers. Diese Magic Damage Shield, das ist voll uphegängig. Ah, ja. Oh, ich weiß vielleicht nicht. Ich werde vielleicht nur das eine Component holen. Ja. Aber nicht das ist die volle Atem. Early. Ja, doch. Ist eine gute Idee. Ah, siehst du Aids? Ist egal. Sie gibt mir jetzt schon richtig auf den Sack. Ich muss anfangen, um besser mit dir zu traden. Alter, get the fuck off. Alter, get the fuck off. Alter, get the fuck off. Alter, nein, ich habe den Minion gewählt. Alter, nein, ich habe den Minion gewählt. Alter, ich habe den Minion gewählt. Alter, ich habe den Minion gewählt. Ich habe den Minion gewählt. Alter Fuck auf den Wird ein Akali killen können Hätte er dann nicht so auf die andere Scheiße gebreedet Oh mein Gott Ich glaube als erstes item hole ich einfach gore drinker Ich glaube als erstes item hole ich einfach gore drinker Ja 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 Digga Akali Unlimited poke Ja Ja gegen Milis schon Ronald you have Q for his spam Ja das macht sie auch Scheiße Echt ekelhaft Bitch Ah sie ist Level 6 Jetzt muss ich aufpassen Sie kürt mich gleich Gut Mit Ob 3000 Was Vera Oder Kroot Nice! Ich dachte sie kann mich towerdiven So eine Bitch Aber Akadi ist immer noch da Und das ist echt eins Ich hätte lieber Akadi gekillt Auch weil sie mir so auf den Sack geht Oh nein Ich habe meine Wood gewastet Ich werde sie zurück Ich werde sie zurück Oh Gott Hier gelaufen Ich glaube sie kann trotzdem schnell weg Oh 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 Boah Akadi hat einfach 20 Farben Aber okay ich habe den Kill dafür Oh GG Fuck Oh mein Gott Dead ult GG Easy Easy He 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 But I can't kill her Wenn ich sie all-in mit Ulti bin ich zu tanken. Ja, mein Trait hat ihr halbes Leben gefickt. Ich glaube in der nächsten Wave all-in ich sie. Ja, 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 jetzt bete ich sie gleich. Sobald die Cooldons wieder da sind. Wo wird die Schnapper all-in? Oh mein Gott, sie hat mich fast gekillt. Oh mein Gott, Digga. Das war richtig dumm. Scheiße, ich habe hier ein Damage unterschätzt. Fuck. Sie macht schon Schaden. Holy shit. Nein, Digga. Ich verpasst die ganze Wave. Nein. RIP, Kenner. Ich bin jetzt oben und selbst. Ihabisch. Ich bin jetzt oben. Wir brauchen meine Double-num-reinheit. Jde sind in der Schaden. Ja, jetzt ist keiner einfach gegen die Lane, Alter. Ich würde direkt wieder weg. Tch! Oh, Alter, das sind ja alle! Soll ich Teleport machen? Nee, ich bin schon tot. Junge! Ah, vielleicht kommen wir die Akali hin. Ganz gegienische Teamwork bei der Frontlinie, ja. Die kamen nicht drauf klar. Auf 4-0 Varus. Jawohl. Die Rallye eigentlich gar nicht. Die konnte ich mal pläten. Tch! 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 Was ist das? Was ist das? Ich schwöre er ist so ein Spastiger, er sieht, ich porte mich back. Er geht da rein, fightet diese Akali, während alle vier auf Midlane sind. Dann wurden wir einfach gesandwiched und sterben lassen sollen, Alter. Scheiße. Scheiße, kann ich mich echt noch aufreden? Ich kann nicht nur kreien. Ich bin jetzt mit Akschan gewifft. Junge, was die machen, ich finde das scheiße, Alter. Von mir jetzt erst mal ein paar questions. Schwanze, Alter. Die Emotionen einfach noch mit tauchen. Nice. Tschüss. Schut down. Schut down. Okay. Oh my god digga Oh, I'm not Oh, gut, okay Okay, M.O.'s gut, okay Ich glaube Akali kommt Bord, ich komm auch, oder ne, jetzt geh ich, ich geh gleich auch Alter, Akali chaset Leona seit 5 Minuten über die halbe Map Komm lass die, ähm, sandwichen Der ist keine Reaktivität Okay. Ich habe tp already. Oh mein Gott, ich habe Leona gestern. Alter, warum stehe ich auch in dem Scheiß da heute? Damn, definitiv von den Charakteren. Oh mein Gott, ich denke, ich habe einen Top-Nate 5.9. oh Ah, die Bitsch hat nicht lube auf mir. Ich kann die Stopprennen. Ich glaube wir können beenden, scheiß auf der Brille. Oder auch nicht. Das war's für mich. Das war's für mich. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.